Willkommen zu einem neuen Video Freunde, ich hab wieder Bock definiert auszusehen, ich fühl dieses wässrige einfach nicht mehr und ich nehm dich wieder mit auf die Reise. Heute gab es bei mir Quinoa, in diesem Fall 200 Gramm, die Nährwerte blende ich einmal hier ein. Quinoa ist was ganz tolles, da es sehr viel Wasser zieht, dadurch hat es ein schönes Volumen und du hast das Gefühl du würdest viel essen. Parallel hab ich mir noch zwei Paprikas angebraten, die nachher noch stark gewürzt werden, weil es einfach ein Geschmacksgeber ist und im Ganzen einfach nochmal Volumen gibt. Die doppelte Menge an Wasser wird benötigt und sobald das Wasser kocht, stellt ihr den Herd auf Stufe 1 und lasst das einfach 15 Minuten ziehen. Wie schon erwähnt, die Paprika dann nochmal stark gewürzt, in dem Fall tatsächlich nur Salz und Knoblauch, aber mit dem Knoblauch schön und großzügig sein und dann nochmal ein Glas Wasser rein, damit die Paprika schön Wasser zieht. Die Quinoa sah mittlerweile schon so aus, Freunde, ihr seht den dicken Unterschied, es hat schön Wasser gezogen und die Paprika sieht auch schon ganz gut aus. Das Ganze dann nochmal umgefüllt mit zwei Packungen Thunfisch und den Eiweißgehalt natürlich hoch zu pushen. Und so sehen dann zwei Hauptmahlzeiten bei mir aus. Folgt mir gerne für mehr. Yes, Sir!